Ich habe nie selbst gespielt, aber ich weiß, dass irgendetwas nicht stimmt. Mein Gott. Ich habe eine Krankheit gefunden, die niemand vorher entdeckt hat. Ich muss es der Welt erzählen. Die Liga hat alle im Dunkeln gelassen. Dann haben sie das Licht angeknipst. Was die gerade mit ihnen machen, das ist gar nichts. Ich mache mit der Untersuchung weiter. Keinerlei Beweise wurden heute hier vorgelegt, weil es keine gibt. Sagen Sie die Wahrheit!